Unternehmerische Verantwortung ist seit Jahrzehnten eines der Prinzipien der Firmengruppe LIPA und Bestandteil unserer Grundwerte. Produkte, Prozesse und die Infrastruktur sind auf einen möglichst geringen Ressourcenverbrauch ausgerichtet. Uns wurde klar, dass HVO für eine kürzbestige Verringerung der Emissionen der richtige Weg ist. Die Umsetzung ist sofort und ohne Verzögerung möglich. Die Maschinen müssen weder neu gebaut, entwickelt, noch ausgetauscht oder nachgerüstet werden, sondern können unmittelbar mit HVO-Kraftstoff weiterarbeiten. HVO kann hierbei je nach Wunsch und Verfügbarkeit als Reinkraftstoff oder als Zusatz zu fossilem Diesel zum Einsatz kommen. Strom und Biodiesel sind für LIPA immer noch eine Alternative. Der richtige Weg für uns und unsere Vielzahl an Produkten für die unterschiedlichsten Branchen und Märkte ist es, grundsätzlich ganz technologieoffen zu arbeiten. Bei Strom als Kraftstoff braucht man wiederum ein anderes Grundfahrzeug, welches erst entwickelt werden muss. Die Qualität von HVO ist höher als die Qualität von reinem Biodiesel. Wir haben im Liebherrwerk in Ehingen begonnen, HVO einzusetzen und weiten den Einsatz mit Augenmaß auf weitere Standorte aus. Wir wollen HVO überall einsetzen, wo wir es rechtlich dürfen und eine stabile Versorgungslage durch Lieferanten sicherstellen können. Somit betrifft es nicht nur die Erstbetankung unserer Produkte vor Auslieferung, sondern wo immer möglich auch unsere Werks- und Betriebsinfrastruktur. Bei der Umstellung gab es soweit keinerlei technische Probleme. Um sicherzugehen, dass die Umstellung auch reibungslos verläuft, haben wir den Kraftstoff natürlich ausführlich getestet. Alle Rückmeldungen von Fahrern sind absolut zufriedenstellend. Viele Kunden sind erfreut, dass wir uns intensiv und komplett unvoreingenommen mit alternativen Antriebstechnologien befassen. HVO haben wir eingesetzt, weil das einer der Wege war, der sich im Rahmen unserer technologieoffenen Arbeit aufgetan hat. Einer der Wege, der schon heute direkt beschritten werden kann und mit dem unmittelbar Emissionen eingespart werden können. Und das ganz ohne, dass unsere Kunden mit Einschränkungen an ihrer Maschine rechnen müssen und ganz ohne größere Aufwände beim Ersetzen oder Umrüsten von Maschinen.